Hi, Sascha von Gamble Guitars. Wir sind hier mit vier Gitarren, einem Bass und in dem Fall hier haben wir unsere Rockfire. Das ist jetzt eine Rockfire Raven, sprich wir haben da zweieinhalb tausend Jahre alte Mooreiche verwendet, wie auch bei zwei anderen Gitarren. Wir haben hier ein Ebenholzgriffbrett und eine Ebenholzkopfplatte, ein Flamed Maple Hals, auch das Backtop ist ein Flamed Maple und wir sind gespannt. Ist ein schöner Sound, anders als normal und hört es euch an.